Usch, dreh dich um und trete an meine Seite. Wieso stehe ich bei dir? Ach ja, weil du keinen Levy-Mod nutzt. Usch, ich will das nicht machen. Ja, ähm, ich jetzt irgendwie halte es jetzt auch nicht mehr für so eine gute Idee. Ich will das nicht machen. Gerade war ich noch voll gehypt, aber nee, komm, das müssen wir jetzt irgendwie, irgendwie müssen wir das durch... Ich will das nicht. Doch, doch. Nein. Leute, wisst ihr, was der Busch vorhat? Ja, was wir vorhaben. Der will, dass wir ins Gefängnis springen, freiwillig. Ja. Und wer zuerst rauskommt, gewinnt, wer Rouge vs. Busch. Korrekt. Ich hasse dich, Busch. Ach, du liebst nicht. Ja, genau der richtige Satz. Ja. Ich hab's doch fast verkannt. Ach. Ach Gott, komm, wir stellen uns erstmal auf die Balustrade hoch. Gott, ich bin da noch nie freiwillig runter. Jeder in seine Ecke. Okay, und... Drei... Zwei... Eins... Ich will nicht. Ah! Oh nein! Oh nein! Ich bin aus Versehen gelaufen! Oh mein Gott! Kann ich dich behindern? Nein, ich kann dich ja gar nicht behindern. So, wo ist sie da? Also... Oh mein Gott, das wird so langweilig für die Zuschauer. Nein, wird es nicht, wird es nicht. Ich bin schneller, 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 ich bin schneller. Ich muss noch 14 Blöcke abbauen. Ich muss auch noch 14 abbauen. Okay, ah! Ich glaub, das wird echt ein Kopf an Kopf rennen. Ein Knopf an Knopf rennen. Also, mit dieser verzauberten Picke, die hast du ja auch, ne? Mhm. Ja, da geht das gar nicht mal so langsam. Ich hoffe jetzt nur, es kommt keiner und wirft uns ab oder schießt uns ab. Das wäre halt das Problem dann, ja. Ja. Oh mein Gott. Ja gut, ich hab nur noch 11. Ich muss noch 13. Was machst du? Hast du die richtige Picke? Ja. Okay, interessant. Interessant. Ja gut. 11. Ich geh noch 9. 8. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, du darfst nicht gewinnen, du darfst nicht gewinnen, du darfst nicht gewinnen, du darfst nicht gewinnen. 6. Nein, warum hast du nur noch 6? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich mich schlauer anstelle, die 5. Ah, laber nicht. Aber es wird eine sehr kurze Folge vor allem. Wenn hier niemand ist, der uns behindert. Komm schon. Noch 7 jetzt. 3. 3. Also irgendwie, irgendwie. 2. Nein, 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 nein. 1. Okay, ich bin auch beim letzten. Was? Und fertig. Okay, das war witzlos. Ja, das war sehr witzlos. Das war sehr witzlos. Das war voll für den Arsch. Ja. Irgendwie schon. Und wer war als Erster? Ich weiß nicht, ich glaube, wir waren ziemlich zeitgleich. Ja, glaube ich auch. Also nochmal auf den City Build und dann schreiben wir in den Chat, wir gehen jetzt ins Jail, bitte haltet uns auf. Oh mein Gott. Also das war jetzt zum Aufwärmen, Warm-up, ne? Wie bescheuert überhaupt. Wir gehen jetzt ins Gefängnis, bitte haltet uns auf, auszubrechen. Wer macht denn sowas? Ja, oh Gott. Das macht doch kein Mensch freiwillig. Ich glaube, wir sollten nicht auf City Build 1 gehen, das sind zu viele. Wir sollten auf Extreme gehen. Ja, aber dann, das sind auch nicht... Wir können es ja mal... Hallo, da reichen drei Nervpratzen, die kommen. Du hast keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich meide das Gefängnis. Ich bin da schon reingefallen, als vier Leute oben standen. Das ist nicht lustig. Also, gehen wir auf Extreme. Ich bin auf Extreme. Es sind 24 Spieler online, da wird es nicht ganz so schlimm. Oh, okay. Meinst du, das funktioniert? Da kommt überhaupt irgendjemand? Ja. Okay. Machen wir eine neue Ansage oder lassen wir das Video einfach laufen? Wir lassen es laufen. Du kannst es ja immer noch schneiden, für den Fall, dass es zu langweilig ist. Oder zu viel ist. Warte mal, noch nicht reinhüpfen, ja? Okay. Oh, oh, und die Picke in die Zähne legen. Sonst ist sie weg. Okay. Warte, warte, nicht abschicken. Das ist zu lang. Das ist zu lang. Okay. Ja, ich habe fertig. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ja. Wir posten das, warten ein paar Sekunden, bevor wir reinhüpfen, damit die auch kommen können. Ja, wir haben ja trotzdem 15 Plakets zum Abbauen, also. Ja, aber wenn du dich erstmal in der Höhle gegraben hast, hilft es auch nichts mehr, dass sie da sind. Stimmt, du hast vollkommen recht. Okay. Drei, zwei, eins. Okay. Meinst du, es kommt irgendjemand? Keine Ahnung. Ich sehe alle Afghanien-Farmen. Komme, Party-T kommt. Okay. Gut. Ich habe sowas wie von keine Lust. Ich habe sowas wie von keine Lust. Jetzt die Frage, auf wen er sich halt stürzt, wenn nur einer kommt, ne? Ja. Das ist aber auch die Frage, wenn mehrere kommen, auf wen sie sich stürzen. Okay. Ist er da? Party-T da? Oh, der sieht schon aus, es hat der Spaß dran. Oh ja. Oh ja. Und drei, zwei, eins. Warte, warte. Ja. Jetzt, er hat noch was im Chat geschrieben. Und go. Okay. Gut. Nein, 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 du darfst nicht schneller so an sich. Doch, 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 doch. Oh, Mann, oh, Mann, ich werde direkt abgeschossen. Und du auch? Ja, mich auch. Ah, du darfst das Gefängnis nicht verlassen, bitte. Was? Ich wurde zurückgeportet. Ah, das ist beim Kotzen. Komm, wenigstens einer. Komm, schon, komm, schon, komm, schon. Ich muss noch 13. Du musst noch 13? Ich muss noch komplett voll. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich habe einen. Was? Nein, nein, nein. Burn, Bush, burn. 11. Komm schon, komm schon. Ja, 13, 13. 10. Das hast du dich eingebaut mittlerweile. So halb, noch nicht ganz. Er könnte mich noch erwischen. Oh je, oh je. Oh nein, er hat mich erwischt, verdammt. Nein, 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 nein. Hör auf, du Schwein. Ja, komm schon, bitte. Ja, acht, acht, acht noch. Nein, komm schon. 10. 7. Habt ihr eine Gefängnispicke? Ja. Magst du das ihm schreiben? Nein. Er hat mich erwischt. Nein. Ja. So, ich bin eingebaut. Fünf. Hast du die verschlossen wieder, oder was? Nee, aber ich bin ums Eck rum. Ja, ich auch. Oh, ich hab mein Eck gerade weggerissen, ich Idiot. So, hundert Ding. Ach, komm schon. Ah, ich fürchte, komm an keinen von euch mehr ran. Was bekommt der Gewinn? Ich würde sagen, dem gebt man dann einfach mal ein bisschen noch ein K oder 5K oder so. Ich bin draußen. So. Mensch, nein. Ich hab gewonnen. Okay, dann kriegt er von mir die 5K. Ja, von mir auch. Ah, okay, super. Mann. Oh, Mann. Hab ich mich so dumm angestellt. für deine Hilfe. Dankeschön. Genau, Partity hat uns geholfen. Der hat uns nämlich abgeschossen. Hat sich freiwillig breit erklärt. Und jetzt schauen wir uns gerade noch schnell seine Wächterfarm an. Ja. Sieht süß aus auf jeden Fall. Wie viele Spawner werden das sein? Steht hier was? Es entsteht eine bessere Komp-Farm. Ja, aber also einer ist schon mal da. Hier, 5 meine ich sind schon mal da. 5 Spawner oder was? Äh, 55 Guardians. Also ich weiß nicht, wie viele Spawner es erscheinen. Ein paar Spawner zu sein. Wie viele Spawner sind das? Aber Hashtag Wächter kann man sich auch so gut merken. Ja, Hashtag Wächter ist einfach. Ja. Also schaut doch hier mal vorbei, wenn ihr in Ruhe ein bisschen Ja, ich glaube, hier ist nicht allzu viel los und es kommen ordentlich Wächter mal rum. Ja. Scheint ein bisschen zu dauern, bis sie runtergespült werden, aber ein paar Wächter. Gute Lieben. Dann war es das mit Rush vs. Bush für diese Woche. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Wir Spawner sind's. Wenn es heißt Ich mach dich fertig. Und zwar nicht so was wie vorhin. Wenn es wieder heißt Bush macht mich fertig und Rush gewinnt. Pff. Einmal habe ich wenigstens bisher schon gewonnen. Das war's. 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 Das war's.